Warte! Wieviel Zuschauer hast du jetzt? Wer ist der Zuschauer, der neue? Weil ich schaue gerade auch nicht zu. Weil er gerade mal müde zu machen. Machst du MSK? Ähm, gerade nicht, ne? Aber sonst schon. Aber das stimmt die ganze Zeit so. Deine Schwester. Äh. Achso, stimmt. Ich weiß nicht, welches Blitz der Blitz ist denn? Ich hab mich schon gewundert. Ich hab immer recht. Guck mal, da holt sie einen runter, ne? Wer ist deine Schwester? Ähm. Musart. 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 Ist das ein Alman? Ja, das bist du. Musart. 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 Hey Musart! Musart, du fett sag. Das ist Alman. Ja, ja, Weltall. Ja, ja, Weltall. Ja, ja. Ich sag Alman, der sagt Weltall. Musart. Ja. Musart. 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 In der Nähe von dir, Frau Matt. Oh. Der wohnt in Deutschland, oder? Nein, nein. Ich hab grad gesehen. Was hast du gesehen? In Chat. Da steht Nummer. Was für Nummer? Was für Nummer? Da steht Nummer. 4 plus 4 9. Nö. Wo? Chat. Welcher Chat? Einfach ein Chat. Guck mal, der hat keinen Bock auf Musa. Musa. Keinen Bock auf Musas. Musas. Er war mit nennen sich Musas, Junge. Das ist doch ne Frau. Bist du ne Frau? Ich heiß, ich heiß Musa. Also Musa. Musa ist ja halt nicht ne Frau. Hä? Musa, du Behinderter. Hä? Egal, ist doch nicht schlimm. Sag Musa. 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 Egal. Guck, hab ich doch gesagt, der geht raus. Ich wusste es, ich wusste es, Mann. Timon, sag's nochmal Musa. Musa. Ne, Musa. Ja, mit uns weint er noch. Halt der Fresse. Bleiben, wann wollen wir gehen? Halt der Tischbettel. Okay. Ey. Komm, wir schnapp mit deiner Freundin unser Kornbaby. Und die wird Gangmen genommen, wie die Mama vom Wurmteki. Was soll ich sagen? Gummi esse günstig. Blasen ohne Gummi kostet 7,50 Euro. Boah. Was soll ich sagen? Ja. Komm, ich klasse. Wir lassen wir bei 7,80 Euro. Jetzt bist du dran. Weiter. Du bist dran. Ich mach sowas nicht. Aber hat Brian verlassen? Ja. Ja. Du bist dran. Du bist dran. Ja. Du bist dran. K Altaraison. indulgen für dich. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020